Ja Leute, das war das erste Intro und ja, ich hab noch ein zweites mit anderer Musik nur und ja, dann würde ich sagen, spiel ich das erstmal ab und rede gleich nochmal weiter. Also, zweite Intro ab. Und ja, wie habt ihr das gefunden? Findet ihr es besser? Wenn, dann schreibt eben halt eins für das erste oder sagen wir so, macht wieder einen Daumen hoch für das erste und einen Daumen runter für das zweite. Also, damit das Video jetzt nicht so lange wird, sage ich tschüss und dann würde ich sagen, bye bye.